Hallo und herzlich willkommen mit mir auf Kids Rich, heute vor der Rennbahn in Aarau. Wir sind heute wie letztes Jahr am Big Green Egg Event Flavor Fair und ja, bis wir noch nicht verstehen, nur ein Game. Ich mache die Bratwürste-Grille von Weed4u und hoffe, die Leute haben es gern. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Das ist wie Zuckerwarten, Fleischzucker. Das ist jetzt Polar Park. Das ist wie Fleischzuckerwarten. Das ist zuure geil. Grestig. Grestig. Keine Polenta. Mal, unbedingt. Schaut jetzt mal, wie das geil aussieht. Hey, merci vielmals, geht hammermessig. Ich muss einfach hier auf die Seite stehen. Polenta. Maginia Paprika. Und das ist noch Lamm. Bin ich jetzt zu essen? Weiss ich noch nicht. Alle. Also. Sehr elegant. Schweinebauf? Ja. Ah, verdammt gut. Ich stoffe. Also willst du auch von dem probieren oder darf ich das ganze Wut stossen? Ja. Willst du auch probieren? Ja, ist gut. Also. Uh. Bist auch ein bisschen dumm. Sorry. Wie ist es? Warte mal, warte. Das soll doch meine Grosse sein. Warte. Schau mal auf. Nein. Darf ich? Ja, ja. Oh, Jesus Christus. Oh. Motherfuck. Schau mal an. Die Hildegarde ist am Brutzeln. Also ich schreisse ich mal an. Ich weiss zwar nicht, was es gibt, aber es ist ja mal an. Ich weiss nicht, was es ist. Du wirst dich vor dem Anstieg, wenn du willst. Aha, sind wir da? Ah, das darf ich schon. Okay, okay. Bitter, sehr gut. Also. Ich komme gleich nicht raus, was es ist. Winnic Hotdog. Thai Hotdog ist es. Thailändisch. Ja, das ist wirklich extrem asiatisch. Warte mal. Wo ist das? Nein. Ich hasse es. Ich hasse Gurken. Du Arf. Milchreis. Ja, das ist sicher mega gut. Aber ich und Milchreis. Schwierig. Die Tellotonatos. Herrlich. Sein. Achtung. So etwas von. So geil. Nein. Das Fleisch ist einfach sehr guter zart. Wie sie das herbringen. Manchmal fragen wir es. So gut. Okay. Zugreifen. Hey, merci vielmals. Ja, bitte. Nichts. Nur, nee, sorry, so tall. Wacht, 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 wacht.